so wollen wir mal gucken ja das sieht doch hier schon sehr nach Bazaar aus also immer nur ein bisschen den Minarett nach orientieren dann könnt ihr gar nichts verkehrt machen seht ihr das? jetzt suchen wir noch einen vernünftigen Parkplatz das mache ich aber eher indem ich zurückfahre und wieder dann in so eine Seitenstraße rein oh guck mal, der wohnt das gesehen der wohnt auf der Stange beim Fahrrad aus ganz glücklich ja so würde das sein so dann drehen wir nochmal eben eine Image-Runde Stopp-Zeichen, kommt nix wieder Stopp-Zeichen, kommt auch nix jetzt blinken und Retour wir können auch mal versuchen hinter dem Wochenmarkt da ist auch noch Platz da fahren wir dahin da haben wir schon hier durchgekornet aber ist egal, wir fahren erst mal vorbei du hast ja eine Lücke auf ja, wir haben ja Zeit und das werte Publikum will ja auch sehen, was da ist oh ha hier scheint es was um Sorgen zu geben der ist aber ziemlich groß der Markt hier ist doch richtig was los ja da fahren wir von hinten besser ran da ist man vorne jetzt fahre ich gleich die nächste wieder rechts denn wir sind ja als Bausparfüchse bekannt ja ja hier aber genauso, pass auf, das ist wurscht das ist egal so fahren wir mal hier rein dann lassen wir die Sänfte eben raus und hier ist ja noch genug Platz alles gut Antalya Spor mein Anhänger fahr doch hier in die Kurve da rein, guck mal wo, hier? ja da kann ich nur in deine Ecke das geht gut mach ich zu? ja wir fahren erstmal hier lang gucken was er noch so ist hier ja das scheint sich ja richtig gut entwickelt zu haben hier für die Mark Michigan da ist was frei obwohl das ist der Hoteleingang das ist kein Hotel das ist ein Wohnhaus Mausi wir werden schon was naja, wir werden schon was hier vor den das ist doch gut das ist doch wunderbar parken ruhig gegen die Parkrichtung ne das sieht doch hier kein so ist das wir sind da ja wir kommen jetzt nicht von der Frontseite von der Moschee aus hier rein sondern von der Rückseite weil hier ein bisschen bessere Parkmöglichkeiten sind bei einer wirklich nur 20 Meter zu laufen da haben wir hier einen schönen Gastronomiebereich da ist vielleicht ja schon richtig was los wollen wir dann mal gucken wie beim Gastronomiebereich was die da haben das ist ja doch ungewöhnlich warum das so voll ist hier ne ja, aber erstmal eine Runde laufen ne ja, ja, machen wir ja auch wir wollen ja nicht auch in die Eimper ne so, hier könnt ihr dann auch einen schönen Döner kriegen oder einen Orangeswert oder einen Orangeswert oder einen Orangeswert